Hallo, liebe Krypto-Family. Auch heute wird natürlich noch der Gewinner bekannt gegeben vom 6. Dezember und das ist Stefan Lehmann. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Ich hoffe, er gefällt dir. Du hast natürlich die Möglichkeit, diesen auch mit diversen anderen Motiven hier zu wählen. Also Free Feel, mach was du willst. Herzlichen Glückwunsch, lieben Dank auch an dein Vertrauen und an deine Unterstützung zu diesem Kanal. Liebe Grüße gehen raus. Tschüss aus der Schweiz.